Auch gegen die USA erwischten die deutschen Spielerinnen den besseren Start in das Match. Es waren gerade einmal gut zwei Minuten gespielt, da lag die Mannschaft von Trainer Martin Otto bereits mit 8 zu 3 vorne. Zur Halbzeit führten die deutschen Frauen bereits mit 23 Punkten. Wir wussten, dass wir von Anfang an hellwach sein müssen. Das ist uns sehr gut gelungen, sagte Mareike Miller, die auch gegen die USA 20 Punkte beisteuerte, der ARD. Am Ende setzte sich Deutschland mit 70 zu 56, 17 zu 9, 41 zu 18, 52 zu 34 durch. Diese Dominanz zeichnete den Auftritt des WM-Ausrichters auch im vierten Gruppenspiel und gegen den bislang stärksten Gegner über weite Strecken des Spiels aus. Auf die Defensive war einmal mehr Verlass, dazu unterstrich Marina Monen mit einem Triple-Double, 27 Zähler, 10 Rebounds und 11 Assists ihre überragenden Formen. Damit glückte den deutschen Frauen auch die Revanche für die Niederlage im Finale der Paralympics in Rio 2016. Vor zwei Jahren hatte Deutschland noch mit 45 zu 62 verloren, das Wiedersehen entschieden die Spielerinnen von Bundestrainer Otto für sich. Wir haben jetzt zwei Tage zur Erholung und bereiten uns dann auf ein hartes Spiel am Mittwoch gegen die Chinesinnen vor, sagte Miller nach dem vierten Sieg im vierten Spiel. Zum Abschluss der Vorrunde tritt Deutschland am Mittwoch, 22. August 2018, gegen China an. Damen 16. August 2018, 20 Uhr, Deutschland, Algerien 87, 2417.08.2018, 18 Uhr, Deutschland, Argentinien 64, 1618.08.2018, 14 Uhr, Frankreich, Deutschland 33, 5819.08.2018, 12.45 Uhr, Deutschland, USA 70, 5622.08.2018, 9.30 Uhr, China, Deutschland. Sollten die deutschen Mannschaften die Gruppenphase überstehen, können Sie das Achtelfinale der Herren, 22.08, sowie das Viertelfinale der Damen, 23.08, auf sportschau.de im Livestream verfolgen. Auch das Finale bzw. das Spiel um Platz 3, 26.08, der Herren gibt es auf sportschau.de im Livestream, wenn die deutsche Mannschaft mit dabei ist. Weitere K.O.-Spiele am 24.08. So wie das das Finale bzw. Spiel um Platz 3 am 25.08, überträgt das ZDF. Rettstand, 19. August 2018, 15 Uhr, 26. So wie das, wie das, wie das, wie die deutsche Mannschaft mit dabei ist.